Genau, dann sagen wir doch mal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Seven Days to Da, ich bin der Zoborock, mit dabei ist die Schlumpfine Genau, wir machen die ersten, mal fixen und Quest machen, ne? Dass wir die beiden durch haben und dann können wir nämlich in aller Ruhe mal ein bisschen bluten gehen Ach du Himmel Ach nicht, ist nicht hier Oh Gott, ich wollte gerade sagen Ähm Ach guck mal Was sind wir denn hier? Hier waren wir doch auch schon mal Ja Snolai, vielen Dank für deinen Follow, vielen, vielen Dank Schöne Da waren wir noch nicht, glaube ich nicht Cortland Ne, ich glaube hier waren wir noch nicht, oder? Doch, doch, hier waren wir schon, ach stimmt, hier waren wir schon drin Das ist ja im Keller, da waren die Badehunde drin Ach so Warte mal, sind wir hier? Ne, alles leer Hier waren wir schon drin Ja, ja, können wir gleich starten Ja, ja, können wir gleich starten Da waren wir vorhin gerade drin, ja Genau, können wir gleich starten So Auf geht's Siehst du hier? Da war ja nichts weiter drin Da war ja nichts weiter drin, heißt die sagt Hier ist noch ein bisschen Werkbank Also war ja auch bloß abholen Ja, genau Da ist was Na, kommt her Genau Schön die Treppe hoch Dann nehmen wir auch mit Schönes Käffchen Mmmh, lecker, lecker So Ach so Achtung Lass das So, ach du Himmel, der fließt da wieder in Strömen hier So Kaffee Maismehl Na klar Was Nochmal Maismehl Ah, das ist doch Hier ist nix drin Na komm her Spritzfreund Was ist das? So Das verhalten für neu hier Na Das verhalten für neu hier Na Watzen zusammennähen Auch nett Das holen wir gleich So Meine Tasche ist oben. Meine, oh, meine ist auch oben. So. Ganz leise. Na, komm her. Da ist sie doch schon. Lass das. Hat nicht mehr viel Chance. So. Coffee. Ich brauch noch ein Büchlein. Sind dran. So. Oh. Sekunde. Ja, ja. Tak. Ein Büchlein fehlt uns noch. Ach. Ja, ein Einfuß. Oh. Ach du Himmel, was ist denn hier los? Wo kommt ihr denn, Alter? Ausdauer, 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 Ausdauer. Gut. Boah. Gut. Oh, hier. Ich hab meine Tasche gefunden. Ich auch. Sehr gut. So, was haben wir hier noch? War hier oben jetzt noch was? Ja, ne? Ich mein, ja. Ich mein, oben war noch was. Das ist deins. Du bist ja oben. Ich bin grad oben, ja, ne? Bin grad oben, ja. Weißen hier noch? Komm runter mal. Komm. Du bist denn? Nu, komm runter. Ein Heftchen brauche ich noch. Oh, oh. Warum suchen wir her? Oh, oh. Der hat mir grad mein Lichter ausgepustet gleich. Warte mal. Ich muss mal, warte mal Sekunde. Jetzt, jetzt. Aber jetzt. Ja, jetzt komm her. Jawohl. Boah, wie erschrocken. Genau, aber richtig. Mann. So, mal wieder Leben einhauchen. Und jetzt sucht man ein Heftchen, ne? Und das findet man natürlich nicht. Warte, wenn du es brauchst, ja. Ja, ja, das findet man natürlich nicht. So, warte mal, muss ich nicht schaufeln, da ist ja. So, dann schaufeln wir das hier noch weg, ne? Mhm. Gut. Hier ist auch noch was. Och, die Ausdauersflüten, aber richtig. Hier warst du ja schon. Hier ist meine Lea. Im Keller müssen wir noch alles wegschaufeln, oder? Ja. Der Keller ist noch dran. Hier ist noch was. Gut, da war gerade ein Messing drin, aber es wird. Oh, hier ist noch was. Ja, dann war es das, ne? Oder? Ja. Guck mal, fahr' denn mal oben in der Garage, müssen noch was rein. Ach, hier. Hier ist auch noch was. Gut. Oben hast du? Gut, dann war's das. Bleib verstehen, so wahr? Ja. Einmal das und einmal das. Warte mal, äh, das ist da. Gut. Siehste. Holzknüppel, Qualität 4, coole Nummer. So, erstmal nach Hause. Oh, da ist ein Huhn, da ist ein Huhn, da ist ein Huhn, da ist ein Huhn, da ist ein Huhn. Fang es. Du weißt, wo war's denn? Hallo. Da ist es. Verstehen. Gut. 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 einmal eigentlich wie man nicht durch die nachbarschaft rennen man weiß ja mal nicht was dafür gäste rumlaufen ja die ist ein ganz gewaltiges problem dann hoffen wir mal vielleicht hat der händler ja ein büchlein zur not kaufen ist das kann ja nicht die welt kosten das aus das aus die auch gar nicht so viel nur dieses eine büchlein erst mal das raus den breiten wir noch war das jetzt hier hier so wir müssen dass die eine gitter hier weg und ich komme hier schlecht hoch der ist auch ein eng so das hat er so Ich bin gut. Gut, ich mach mich schon mal auf den Weg zum Händler. Mhm. Mal gucken, was der hat. Oh, die Zeug hat sich doch da hinten dran. So. Okay. Da ist er doch schon. Der Gute. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Inventar. Was hast du? Was für ein Buch war das, sagst du? Das Kochbuch. Hat er noch nicht mal. Hat noch nicht mal ein Kochbuch hier. Ja. Hat er sonst was tolles? Blasebalk. Supra. Ist denn irgendwas tolles? Fett hätte er ein Angebot. Aber ist noch nicht so trage, glaube ich. Ja gut, das brauchen wir jetzt auch noch nicht so dringend jetzt im Moment. Ich trage dich so gut. Und du hast mich gar nicht so trage. So. So. Kapolen. Kapolen. 312 Meter. Das können wir doch schon mal nehmen. Jetzt gehen wir erstmal da hoch und machen deine Quest da. Ja genau. Und die andere war wo? Wo war deine? Ähm. Bleib mal stehen. Ja. Ja. Soll ich mal um heute? Mhm. Ja. Oh ja. Stein weg. Freigesteigt für die T3. Na ja. Immerhin. Das sieht doch gut aus. Ja. Ja. Ja, ja. 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 War das beides Abholung? Sind wir beide in der gleichen Ecke? Beides abholen, ja. Oh. Jod. Ich habe so das Gefühl, dass es beide in der gleichen Ecke ist. Das gleiche nach Hause ist. Mal gucken. Ja. Deine und meine Quest ist die gleiche Quest, sozusagen. Ich glaube, dann können wir es auch bloß einmal machen, was? Ja. Ja, ja. Das ist ja jetzt witzig. Oh, da brauchen wir ihn nochmal durch. Die Hütte ist leer. Moment, die gleich da. Mal gucken, ich habe mal Müll. Guck mal eine an. Aua. Ränder einfügt durch Stahldraht, ne? Meine Güte. Immer das Gleiche. Stahldraht. Ja. 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 Das machen wir nachher. So, guck mal hier. So. Bin wir zu Hause? Jupp. Da vorne. So. Nicht mit uns. Da ist mal oben. Mann hat ich gewonnen. Da ging ja viel, wie nix. Oh, meine Tasche ist oben. Na, komm runter. Komm. So, aber Kopf. Nee, die schmeckt da keiner drin. Nee. Na, warte mal. Da sind sie da vorne drin. Wo willst du denn hin? Hier unten ist die Musik. Ja, guck mal hier. So. So. Ui, 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 ui. Mais-Mehl. Wofür war das noch gut, glaub ich, für, ähm, na? Gipsverband. Gipsverband, genau. Beinschiene. So. Jemand auf dem Klo? Nee. Ich meine, da ganz um auf dem Dach, oder wie? Okay. Wird noch mal eine Etagehöhe angezeigt. Ähm. Hoppala. Hier, bitte. Da oben ist noch nix mehr. Von da, wo die runterfallen, wahrscheinlich. Ja, von da, wo sie runterfallen. Achtung. So. Wieso, was ist denn da oben? Oh. Ach, Mist. So, Moment, ich muss erstmal... Kannst du sehen, oder? Ja. Okay. So, ich hab sie. Wunderbar. Dann haben wir alles. Ja. Da hinten hast du alles leer, ja. Ja, aber ich hab halt leider kein, kein, äh, Buch gewonnen. Nee, macht nix. Haben wir da alles durch, ja, ne? Ja. So, warte mal. Hier drüben an der Wasser. Oh, Mist. Ah. Da war noch ein Ei drin. Ist wichtig. Nehmen wir mit. Halt. Schon wieder keine Ausdauer. So. Warte mal. Dann haben wir es doch. Zurück zum Händler, ne? Oder wie weit? Ja. Gut. Ja. Gut. Und einmal zurück, würde ich sagen. Jo, einmal zum Händler. Aber wo ist denn deine, die müsste ja noch genauso auch hier sein, ne? Ja, die ist da genau, wo deine Impa. Hä, okay. Dem passt es ja. Lauf mir da nochmal zurück. Ja. So, sechs Fehlern. Ja gut, so vollgeladen bin ich nicht, da können wir gleich nochmal zurück dann. Ich hab, naja gut. So, nun stellen wir schnell beim Händler eine Kiste hin und nehmen es dann auf dem Rückweg mit. Ja. 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 Das gleich so weit weg sein muss immer, ne? Ah, furchtbar. Komischerweise. Ach stimmt, heftig hat sie ja gar nicht gehabt. Richtig. So. Also. So weit? Mhm. Gut. Hier. Stein weg, aber Qualität fehlt. Hältst du da nicht aus? Sieht doch schon mal gut aus. Herr Husky, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du reinschaust. Moin, moin. Hallöle. Moinsen. Darf man fragen, ob sich das Spiel lohnt, wenn man es sich jetzt holt vom Umfang und Spaß her? Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Wenn man auf sowas steht, auf jeden Fall. Ja, macht auch viel Spaß. Auf jeden Fall. Sonst hätten wir nicht so viele Stunden, ne? Ja. Wir spielen das ja schon ziemlich lange. Und, warte mal, ich hab irgendwie furchtbar cool einfach da. Ja, ist klar. Oh. Sollen wir hier eine Kiste hinstellen, oder was? Ja. Mal fix. Kiste, Kiste, Kiste. Kiste, Kiste. So. Und raus mit dem Kram, ne? Zack. Die Bühne behalten. So. Ich bin mal gespannt, ob wir die Quest jetzt noch machen können, oder ob wir warten müssen. Hm. Worauf? Ja, weil, was wir ja gerade gemacht haben, weißt du? Ach so. Na, guck mal. Warte mal, ich nehm mal deine an. Hast du deine angenommen? Ja, ne? Ja. So, jetzt meine auch. Die wird aber nicht angezeigt, komischerweise. Die wird nicht angezeigt. Nee, stimmt. Da müssen wir bestimmt warten. Dann machen wir erst deine. Ach, stimmt. Das kann ja sein, dass das zusammenhängt, wie wir das letztes Mal hatten, ne? Mhm. Weil die zu dicht zusammen waren, konnte er die nicht, ähm, regeln. Ja gut, meine ist ziemlich weit weg. 800 Meter. In der anderen Stadt drin. Ja, dann laufen wir hin. Laufen, 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 genau. Wir können ja hier, ich guck mal hier schnell vorbei. Wenn nicht, gehen wir deine machen. Ja, okay. Ähm, okay, das sieht sich gut an. Wie ist das mit Performance? Habt ihr eine 30,70? Das läuft. Also, die hab ich auch nur. Ich hab auch eine 30,70. Und das läuft. Ja, damit kriegst du es hin. Ja, das läuft wie geschnitten Brot. Oh, dann gucken wir erst mal. Das einzige ist natürlich, wenn du viele, viele in der Horde hast, wenn du da viele Zombies hast, dann will er natürlich was nehmen. Ja, aber wenn, dann ist es meistens in der Horde. Ja. Das ist aber nur eine. Der ist da. So, dann guck ich mal. Kannst du ihn annehmen? Mhm. Kannst du nicht. Siehste, gut, dann nehmen wir die andere. Kannst du die annehmen? Nee, kann ich auch nicht. Okay, dann müssen wir, glaube ich, warten. Dann müssen wir erst die andere machen. Aber dann haben wir auch fast drei, ne? Nee, Quatsch. Doch. Eins, zwei. Du hast eine in der Stadt gehabt, dann haben wir die hier oben gemacht und jetzt müssen wir die andere da. Dann haben wir doch drei durch. War das nicht so drei am Tag? Ich meine, drei oder vier. Ich weiß das gar nicht mehr genau. Keine Ahnung, dann machen wir erst mal deine. Komm. Weil die dann den nächsten Tag machen, macht's auch nichts. Nee. Salz und Lehm ist gut. Ja, man kann questen. Jo. Da verdienst du dir XP Punkte, ne? Ja, geh weg, geh weg. So. Nochmal. So. So. Zwo euer. Ja. Ja. Ach komm, nicht so gut tun, ne? Ausdauer, Ausdauer. Oh, da hinten. Da noch mal. Sieben Eier, äh, Federn. Ah, und der Magen ist wieder, ne? Jo. Ist ja nichts Neues. So. Mal gespannt, dass die gleiche Hütte ist. Könnte sein. Ich glaube, sieht fast danach aus. Okay, das ist cool. Die Map scheint auch sehr groß zu sein, glaube ich. Ja, die, ähm, du hast ja einmal die Original-Maps und die sind echt groß. Und da kannst du natürlich auch Zufall, gut, Zufallsgenerierte machen, so wie wir die haben. Ne, hier waren wir noch nicht. Die Hütte haben wir noch nicht gehabt. Gut. Ähm, und dann hast du auch, äh, ganz richtig groß im Dach mal. Ja, wenn du mal drei Hände zusammen hast, kannst du doch schön bauen. Das stimmt. Da gibt's viel Zeug für. Mal gucken, was hier drin los ist. No, da ist schon der erste. Oh, Mist. Vorsicht. Achtung. Mensch, du. Lauf doch nicht in meinen Knüppel rein. Sag mal. Ach, hier ist der Gärtner, du. Der Gärtner, die Grünpflanzen-Geschichte. Vielen Dank, Herr Haski, für deinen Follow. Vielen, vielen Dank. Hier ist, oh, warte mal. Da ist noch jemand nicht bewegen. So, hat sich erledigt. Ja, hier können wir alles wieder absuchen. Ja. Ah, wundervoll. So, mein Büchlein habe ich auch, was ich brauche. Na, komm her. Zack, der ist auch weg. Alles klar, Herr Haski, bis dann. Na, lass das doch mal. Ich hau dich auch nicht. Machst du wohl. Aber gut. Die hat angefangen, also. Müssen wir nicht verraten. Na. Ach, hier ist noch Oma. Ah, hier ist auch ein Heizkörper drin, das sehe ich gerade. Oh, wo kommst du denn her? Hey, warte, warte, warte. Nicht, 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 nicht. Was ist das? Sag mal, sag mal. Hau doch mal zurück. Sag mal, bist du verrückt? Ich bin ja fast tot, tot verstorben. Mensch. Und zwar ganz grausam. Komm runter, Geierstürzflüge. Wo ist denn, Mistgeier? Mist, der hat mich doch fast gehabt hier. Hey, ich hab dich getroffen. Siehst du wohl. Mensch. Mistgeviech. Mistgeviech. Aber ehrlich. So, dann schaufeln wir mal hier alles weg, wa? So, ist hier draußen noch irgendwas? Nee, ne? Oh, müsste doch ein bisschen was sein. Oh, hier liegt noch ein bisschen was rum, ja. So. Ich bin infiziert und habe mir knieges Dosen. Hier sind alle im Magen wieder mal, du Mann, Mann, Mann. So. Ups. Tech Planet. So. Einmal. Und zweimal. Hier auch noch was. Ach so. Ach, da ist hier noch ein Säckchen. Ist das näher hier, ja, ne? Aber Heizkörper auch ohne Ende, ja, ne? Oder ohne Ende, aber doch eine Menge. Ja, die Heizkörper hier sind hier auch drin. So, dann können wir das Teil starten, ne? Ja, wir haben immer raus und dann, warte mal, wo ich darf. So. Nee, kann weg, brauchen wir jetzt nicht. Okay. Ähm, gut. Dann los. Ran an die Buletten. Das da. Das da. Und das da. Und das da. da. Ja. Reparier mal fix. Achtung, der junge Mann hat auch schnelle Füße. Alter. Alter Freund. Warte mal, hier ist noch eine mehr. So, der ist durch. Der ist gar, sozusagen. Oh Mist. Irgendwo ist noch jemand. Ja, hier ist eine. Das macht nix. So. Ja. Ich bitte das nicht. Was ist das? Ich gucke mal ein Pfeil wieder herrutsche, ich rück den raus. Alter, mach dir aus, da was ist denn los hier? Wieso haust du denn nicht? Was? Nein, du Mist, Lora. Viech. Mann, oh. Gebiet ist sauber. Mhm. So. Alles überrascht, was irgendwie. Wieso hat man da was hinterher, ne? Ich glaube nicht. Ja, das war's. Wir können nur drei Quests machen. Kriegste. Passt doch. So, wegschaufeln. Komm mal her. Ach, die Ausdauer. Oh, guck mal gleich. Ich weiß gar nicht, ob wir zu Hause noch, ähm, Honig haben. Doch, Honig ist, also, brauchst du einen? Ja. Dann komm her, ich hab noch einen, einstecken. Sag mal, hast du sowas, also, was für die, was für die Taschen hast und wo? Ist ja nicht zu fassen. Ähm. Warte. Ja. Dankeschön. Benutz mal. Ja, wundervoll. So, warte mal. Verändern. Ich hab was richtig cooles gefunden. Das find ich richtig cool. Was denn? Ich hab ihn. Den brennenden Schaft. Ha! Ach so. Sehr cool. Dann haben wir alles durch hier, ne? Alles leer. Ja, wie ist er aus? Bis auf die Heizkörper, die können wir nicht mitnehmen. Ähm. Nee, ist alles leer. Das müsste man sich echt mal irgendwie mal aufschreiben, wo die ganzen Heizkörper sind. Gut. Ja, das heißt, den ganzen will ich nach Hause latschen. Na gut, ich mein, ne? Nützt ja nix. Weil wir sind nach Hause. Ja, nach Hause müssen wir genug. Warte mal hier. Klingt irgendwie nach Harnwegsinfektion. Ha! Der Heizkörper, ja genau. Ach, wie schön. So, ähm. Was ist das? Oh. 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 Ich hab, also, kurioserweise, hab ich kein Buch für dich. Und uns fehlt immer noch. Was ist das, ne? Nee, das, was ich brauche, hab ich gefunden. Ach, großartig. Großartig. Dann gibt das jetzt Eier mit Speck. Ja. Das können wir jetzt machen. Ach, das hältst du ja nicht. Das hat doch schon ganz viel mehr Essen dann. Siehste. Dann haben wir das gefunden hier. Was haben wir hier noch? Ja. Die scheint aber auch nicht so ganz klein zu sein, die Stadt hier, ne? Ja gut, also ganz riesig scheint sie auch nicht zu sein, aber. So riesig ist sie auch nicht, aber. Haben wir schon mal zwei Städte, die wir ein bisschen plündern können, wenn's ist. Ja, das stimmt. Ja, ja. Ja. Likörladen? Hm? Cool. Oh, 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 oh. Leute, Leute, Leute. Da kannst du doch ne schöne Bees draus machen. Ich wollt, ich, ich wollt grad sagen, das Ding ist auch nicht schlecht. Oh, 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 oh. Ja, komischerweise wird mir da keine Punkt für eine Zeit beim Teil. Ich hab kein Ausdauer. Nein, aber das ist außenrum schon stabil, das hat 5000. Also, und die Tore sind auch richtig dicht. Also nicht schlecht. Du kannst doch ein Dach noch ausbauen. das teil das ist etwas die hütte recht was sie ist nicht schlecht ja das wird doch vollkommen ausreichen ja in der stabilität her schon weiß das ja das muss ich auch sagen ein paar stacheln ich hab sie gerade raus gelassen nach wie himmelig von mir die lampe aus ich lass mich in ruhe ich bin doch so unschuldig die mag ich die kommt hinterher ja die soll verschwinden so mach dich weg weg man doch kurz vor knapp gewesen hier das wäre noch was gewesen vor allem ich habe meine meine quest 900 hatte die hütte ist cool die hat echt was ja war ich zu schnell die tore haben 15.000 also ist das noch gar nicht schlecht das muss ich sagen dass das ding ist nicht verkehrt eigentlich hast du hier auch stabile gebäude wurde die erste heute machen kannst ja 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 das haben wir auf jeden fall das ist schon mal cool 5000 jahr super recht ist das nicht die hütte ist gar nicht mehr so zu doof da wussten zu hause dahinter auch 900 meter laufen was würden wir jetzt für ein moped geben war das wäre eine idee vor allen dingen brauchst du da nicht alles selber schleppen ja da ist auch noch ich kann da nicht dran vorbeigehen das ist ich weiß auch nicht naja gut hätte ja sein könnte was tolles drin findet das kann alles möglich sein boah ich hab noch ein kochbuch gewonnen na guck mal gibts mal auf krisse gleich wo ist denn das da gut lesen wir das gleich benutzt mal ich bin noch irgendwo ein nest nöger ich hab auch noch mehr sieben eier in der tasche ich brauche irgendwas mal zu saufen nachdem wir zu hause sind daran mangelt es wirklich nicht was zu trinken nein noch ein rei irgendwo noch ein hühnchen oder so gut das war ein hase ja wo ist er hier quasi gut